Hallo und willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Spear of Destiny Mission Nummer 1 Zweite Geheimlevel, Level Nummer 20, wo wir 32 Geheimnisse haben So, das erste, gleich am Anfang, das ist ein Krampf Deswegen zeige ich euch das gleich mal Also wir machen hier die Tür auf und haben hier gleich erstmal so ein Kelch hier vor uns So, und hier gibt es allein schon 13 Geheimnisse Wo man sich super leicht alles verbauen kann Deswegen habe ich mir hier so eine kleine Anleitung gebaut, mit was man anfangen muss Also Hier kann man so ziemlich jeden Block in jede Richtung drücken, aber man darf es nicht am Anfang machen So, deswegen, wir fangen hier, hier ist die Tür So, wir fangen jetzt hier gleich Mit dem Block an So, dann können wir schon mal reingehen Damit das hier auch als, wir haben ein Geheimnis entdeckt zählt So, dann diesen Block hier, dem da, genau gegenüber hier unten Hier rein, der geht nicht sehr weit Dann drehen wir uns nach links Und schieben den Block Nach rechts quasi Es offenbart sich ein Gang Ist übrigens eine Tür Da gehen wir jetzt nicht durch So, dann Hier ist immer noch die Fahrstuhltür Genau geradezu Können wir auch nochmal drücken Quasi Nummer 4 So, dann müssen wir den da drücken Können den dann jetzt nach unten drücken hier Er geht auch nicht weit Hier ist die Shane Gun Jetzt kommen wir wieder zurück Und können hier Hier unten einen drücken Ganz wichtig, dass wir erst Den da drücken Und dann den Weil ansonsten geht der nämlich eins weiter Hier bis dahin, wo der schwarze Punkt ist Und wir können den nicht mehr hier runter drücken Da jetzt schon los So, wir haben schon sieben Geheimnisse Für dieses kleine Stück Doch damit nicht genug Ich erzähle dir etwas von 13 So, jetzt Jetzt wird's tricky Und zwar Ich speichere mal Weil das kann durchaus sein Dass ich mir wieder Das Ganze versaue Ähm, wir sind hier Den kann man nicht drücken Den kann man auch nicht drücken Dann wäre es jetzt der hier Der geht ein Stück Und hier So, jetzt erst den hier drücken Weil man verbaut sich Wie ihr seht Den unteren Teil Und jetzt gibt's hier hinten noch Zwei Hier ist auch eine Tür, ne? So, jetzt sind's doch nur zwölf Wir versuchen mal mal zählen Also Eins, zwei, drei Vier, fünf, sechs, sieben, acht Neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn Scheiße Und schon bin ich wieder in irgendeine Ecke Nicht reingerutscht Fuck In irgendeine Ecke bin ich nicht rein So, dann können wir nochmal laden hier So, jetzt gehen wir nochmal in alle rein Jetzt sind wir sieben Jetzt sind wir mal in jede Ecke rein Damit das hier auch auf jeden Fall zählt Und jetzt So, das ist ein Tier. So, hier war ich drin, ne? Genau, hier ist nämlich auch nichts außer Block. Okay, gab's nicht nur einen? Ah, der da. Zwölf. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir alle 13. Den konnte man nochmal drücken. So, wir speichern. So, und jetzt können wir mit den normalen Geheimnissen loslegen. Sprich, mit den anderen, äh, was sind das, 19? Ja. So, sprich, wir gehen jetzt hier erstmal ganz locker durch alle Türen. So, da sind ja auch alle Ecken sichtbar. So, nochmal zurück. So, wie man alle Ecken hier seht. Bin ich mir ziemlich sicher, wenn das hier schon das nächste Geheimnis ist. Ja, bis so, und zwar auf dem halben Wege hier. Tür und noch eine Tür. Okay, genau. Und zwar... Und zwar... Um... Um... Na? Ach so, ne. Halt schon gedrückt. Da. Na, so da nach links drücken. So, gucken wir den hier lang. So. So, die Ecke haben wir. So, jetzt hier das ganze hier unten ist auch noch mal was. Da können wir auch noch mal nach rechts drücken. Das müsste hier sein. Da. So, machen wir alle? Ja. Oh, da hab ich noch eins vergessen gehabt. Okay. So. Welche Tür wir nehmen, ist wirklich wurscht. Wir erfüllen eine Sackgasse. So, hier können wir durch eigentlich fast egal welche Tür wir hier gehen. Schön voll in die Sicht. Ah! 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 So... die die dann halt noch mal von vorne wir sind durch diesen wenig kann ich dir das war nicht So, dann fangen wir mal hier an. Das war hier. Hier gab es keine Gegner, das weiß ich noch. So, dann grasen wir erstmal die Ecke hier ab. Weil hier verlieren wir ja viel Energie. Genau. So, und hier war noch irgendwie so ein blauer. Du Mistvieh. So, jetzt aber. Genau, in der Ecke gibt es auch ein Geheimnis. Und zwar können wir, also wir sehen hier die Schlüssel, wir können diese Wand hier drücken. Und aus irgendwelchen zauberhaften Gegenden, zack, kommt der Schlüssel hier zum Vorschein. Die Wand schiebt die nicht weg. Lustig, wa? So, dann holen wir uns hier drüben noch das, äh, den Verbandskasten. So, und das war jetzt ungefähr hier so. Ah, genau. Und das war jetzt nur noch kein Geheimnis. so haben wir die ecke speichern noch mal ein bisschen mal vorankommen so damit haben wir jetzt quasi alle die hier in den grauen bereich sind abgefrühstückt so dann kommen wir mal zu dem braunen bereich genau das ist hier durch die andere tür die letzte die quasi noch übrig ist ist da oben noch was müsste in den lila bereich kommen nee das nix aber da können wir erstmal durch ach so hier im original ist es lila das lila wenn ich hier ist es braune zeug ja die goldene tür warte mal guck mal durch ich habe noch ein schlüssel hier steht keiner dachte ich es mir doch so ein zombie steht ja so hier ist der levelausgang alles klar da wollen wir noch nicht so nee da oben ist nichts hier ist kein einziges geheimnis ok so jetzt hier wieder bei dem ganzen kram da sind wir durchgekommen hier war keine tür ne ne ok dann geht es ja nur noch nach hier die speichern mal wieder auf den blick muss man hier ein bisschen ranzoomen ach nee ich bin jetzt da unten alles klar da gibt es hier ein soll ich gleich die wand hier ok verrückt wird jetzt vermutet ich muss dazu sagen hier sind ein paar pfeile auch ein bisschen blöd im weg ich habe immer so die karte hier mit dem roten pfeil drauf gemacht wo dann hier weil das nächste geheimnis ist aber hier bin ich durchgekommen so habe ich noch den tüch zur seite ich müsste hier einer sein aber offensichtlich komme ich da erst durch einen anderen gang ran na gut müssen wir uns merken in dem braunen bereich ist sonst auch kein weiterer nur die zwei das heißt wir eiern jetzt hier einfach mal durch hier Nein, nein, Mann! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mal schön an einer Wand bleiben Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach, wie schön, die rennen hier auch rum! Das müsste eigentlich gleich wieder am Anfang sein. Das ist bei der Tür. Das sagten wir auch. Jut, schönes Labyrinth, ne? So, und zwar dann, wenn es nicht da ist, dann muss das irgendwo hier sein. Ah, hier! Kann man quasi so als Healthpack-Ersatz missbrauchen. So, dann wieder raus hier. Nee, hier nicht. So, das war quasi der braune Bereich. So, dann haben wir jetzt den grauen und dann müssen wir eigentlich noch nach oben links hier. Was wäre denn durch die Tür? Ne, warte mal, das ist der Aufzug, auf den wir gekommen sind, ne? Genau. Ist hier eine Tür? Ja, hier ist eine Tür. Okay, dann kommen wir jetzt in den letzten Bereich, das sind auch die restlichen Geheimnisse. Warte mal, ich speichere mal nochmal. So, und zwar, genau. Genau, wir kommen hier durch diese Tür. Können wir eigentlich drücken, wie wir lustig sind. Der geht so nicht, aber der geht so. Und der geht so. So, da ist nix weiter. So, dann ist hier rechts was. Und hier links. So, dann haben wir hier noch was. So, dann haben wir hier noch was. Genau, das ist das Ding. Und dann gibt es hier am Ende noch ein. So, dann haben wir hier noch was. Das ist der... Und dann haben wir hier noch was. So, dann gehen wir hier auf. So, dann können wir hier noch an. So, dann gehen wir hier hin. So, ich speichere mal nochmal Genau, weil hier nehme ich auch noch eine Und hier auch Und hier auch Und hier auch Achso, das ist hier gewesen, alles klar Stimmt, damit sind wir jetzt hier reingekommen Wo sind wir hier gegucken? So schiebt der sie nicht weiter, das ist aber mies Das ist viel Quatsch Na klasse, wie soll ich da jetzt weiterkommen? Na ja, da gibt es nämlich keinen anderen Durchgang Also nochmal So, wie im Arm sind wir denn jetzt? Oh, jetzt sind wir hier Gut, da geht nicht mehr als das So, jetzt ist es So, jetzt geht's 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 So, machst du noch irgendwann dein Türchen auf? Nee. Okay. So, und hier? Nee, warte mal, jetzt sind wir da oben. Unter den ganzen Türen. Hmm. 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 Okay. 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 Genau, jetzt sind die ganzen Türen da. Auge im Blick bitte. Entschuldigung, da hat gerade die Post geklingelt. War aber nicht für uns. So was liebe ich ja immer. Erst normal klingeln, zwei Sekunden später, ach ich klingel beim nächsten, irgendeiner wird schon da sein und dann macht man auf und das hat sich schon erledigt. Ach ja, so. So, jetzt bin ich natürlich völlig raus hier. Wo hatten wir ihn hier angefangen? So, hier ist die Tür. Und zwar ist das... Wo ist denn diese Ecke mit den zwei Türen hier? Ah, sehe ich noch gar nicht. Egal, wir machen weiter. So, genau da bin ich reingekommen. Dann die beiden hier oben, die haben wir. So, dann haben wir hier einen, der nach oben geht. Den haben wir auch. Wir haben den, der nach hier geht. Und wir haben den, der nach hier ging. Genau so, dann kommen wir hier in dieses, diese Art Schiff, da wollen wir jetzt nicht durch. So, dann ist das die Ecke. Den haben wir. Dann müsst ihr jetzt hier noch einen geben. Genau. So. So, jetzt speichere ich nochmal. So, jetzt kommt das Ding. Jetzt kommen hier gleich die ganzen Zombies, ne? Genau. Sehr schön. Jetzt speichern wir nochmal. Weil ich keinen Bock das nochmal machen zu müssen. So, wir sind jetzt durch. Hier wird es eigentlich noch einen geben, der hier nach oben führt. Okay, das ist der Block, den ich hier hingeschoben habe. Hm. So, Armand. Und das haben wir. Die beiden haben wir auch, ne? Das ist wie hier. Das ist dieser Schuh hier unten. Den werden wir nicht reingekommen, wenn wir den nicht gedrückt hätten. Genau, das ist nämlich der Block. Ach so, das ist der, genau. Da ist, den habe ich gesucht. So, wir müssen mal kurz gucken. Genau, und hier ist das nächste. Und wir haben alle. Sehr schön. Gut, damit ich auch gerade hier mehr Glück als Verstand, haben wir auch alle Gegner. Ne, zwei Gegner fehlen noch. Vor allen Dingen fehlt mir der silberne Schlüssel. Wo gibt's den denn hier? Ich guck mal kurz. Da ist der Guldener. Wo gibt's denn da? Das war's für heute. Sie nennt mich jetzt blind, aber ich find den hier nicht auf der Karte. Hm. Na, dann halt nicht. Wenn nicht, dann nicht. Nö, dann... Da ist ja noch ein Gegner oder der hat's in Zweier halt. Aber da kommen wir auch nicht so ohne Schlüssel hin. Weil wir müssten da auf jeden Fall den Silbern haben. Beziehungsweise wir können's noch mal probieren in der anderen Ecke da. Huh? Und hier ist der Schlüssel. Na siehste. Dann Ali schafft. Alle Gegner erledigt. Beispiel da oben, das Schneckchen. Weil ich nicht richtig hingeguckt habe. Das ist der ganze Grund. Weil ich nicht richtig hingeguckt habe. So, ja. Und ihr seht mehr ist hier nicht. Das ist also voll die Verwurstung hier. So, na dann. Auf zum Ausgang. Alle Geheimnisse. Alle Gegner. Schätze weiß ich nicht. Halt. Hier geht's nicht lang. Hier geht's lang. So, aber ihr habt gesehen, ja. Sehr umständlich hier mit den ganzen Geheimnissen. Und vor allem entsteht ja hier auch kein Hinweis, ob man alle erwischt hat oder nicht. Egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir gucken uns im nächsten Video Level Nummer 13 an. Also, bis gleich. Tschüss.